Sind Sie ein Fan von Trödelmärkten? Macht es Ihnen wirklich Spaß, sich bei Wind und Wetter am schönsten Sonntagnachmittag auf zügigen Parkplätzen die Füße platt zu stehen? Nur um für Ihre ausrangierten Sachen ein paar lausige Euro einzunehmen? Und dabei müssen Sie auch noch mit potenziellen Käufern um den Preis streiten? Ganz ehrlich, mein Ding ist das ganz und gar nicht. Als ich damals alte Computer, Monitore möglichst gewinnbringend ausrangieren wollte, habe ich einen wesentlich bequemeren Weg gewählt. Ich habe die Sachen bei Ebay eingestellt. Das war nicht nur komfortabler, es hat mir auch deutlich mehr Geld in die Kasse gebracht als die Quälerei auf dem Trödelmarkt. Wobei ich gestehen muss, ohne die Geheimnisse, die der Power-Seller Markus Renz mir verraten hat, hätte ich diese fantastischen Umsätze nicht erzielen können. Lassen Sie sich helfen von dem Ratgeber Goldmini Ebay. Lassen Sie sich vom Power-Seller Markus Renz für die wirklich letzten Geheimnisse über Ebay zeigen. Machen Sie es wie ein Freund von mir, der Monat für Monat bis zu 14.000 Euro Umsatz bei Ebay macht. Alleine mit diesen Methoden. Aber Vorsicht! Wenn Sie erst einmal Geschmack an diesen sagenhaften Einnahmeverstärkern gefunden haben, werden Sie ruckzuck verkaufssüchtig werden. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Wir sehen uns! Bleiben Sie stark! Ihr Wolfgang Grademacher